Das ist das Ding, scheiße. Der Max Damage ist nicht so effektiv. Du machst Red Smite, Auto-Hit, Q, W, Ultimate, ADK ist tot. Leider ist der Max-Life-Damage von der Q nicht so effektiv, aber du hast ja mehr als das. Okay, wir gehen mal eben schnell shoppen. Wir dürfen nur nicht sterben, das ist okay. Das ist das Wichtigste. Ah! Ihn umzubringen ist halt unglaublich schwer. Wollte der mich jetzt gekillt, wäre ich nicht gewesen. Den Ignat mir direkt, damit er sich nicht heilt. Das ist immer ganz wichtig, Leute. Das ist gut, das ist echt gut eigentlich. Er fängt einfach hier an zu channeln, Alter. Er fängt einfach hier an zu channeln. Das geilste wäre gewesen, wenn der mich jetzt umgehauen hätte, Leute. Ah! 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 So! Wann geht eigentlich der Grünstein wieder weg? Es ist ja keine Beine. Wie soll er denn weggehen? Dann wird gleich die komplette Kombo ins Gesicht und dann ist es vorbei. Mann, nicht sein Scheiß Ernst, ey! Was? Du stirbst jetzt. Was? ich habe schon 30 gangs jetzt hier abbekommen oh gott oh gott oh gott jetzt oder nie hat der ult weiß man nicht hat er schon wieder full life ist das ein fucking ernst der hat sich die ulti hat mir einfach komplettes leben gegeben ja gut was oh mein gott wie viel power der hat habt ihr denn irgendwie heute richtig krass april schätze haut mal eure april schätze raus kann man auch mit gut haben haben nur mit schlechthaben ich glaube nicht oder ich habe auch kein turm also ihr kennt mich ich würde es ausprobieren den trade aber er wird mich töten er wird mich wahrscheinlich werde ich nicht mal reagieren können weil ich ins und explodiere schlap syndrom maybe top 2 verstehe ich gar nicht also ok tristan hat nicht gefeedert muss man fair sein aber sie hat übel schlecht gefahren also im prinzip hat sie auch gefeedert der draven hatte die ganze zeit mehr das war nicht lustig das war nicht lustig das war ein schöner move jetzt sind wir beide hier ob das gut ist ja doch 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 das war ziemlich gut das war ziemlich gut das war der double express in zeit das waren drei jahre um die korte waren drei jahre wenn innerhalb von vier tagen von silber fünf auf über zwei gekommen ist das gut äh ne der index im index steht tatsächlich dass man innerhalb von vier tagen mindestens auf silber 1 75 lp kommen sonst ist es nicht gut das steht hier sorry das war ich nicht gut von dir man das geht gar nicht jetzt mag da also das game ist hat sehr wahrscheinlich also ich werde zum weiter versuchen ich bin immer der der weiter versucht aber 317 ist hart aber wir machen das beste aus der situation und zwar wenn wir das game gleich vorbei ist ist meine schüssel sauber gewaschen und ich kann konflikte das ist geil holi hat ich sauge dich aus weil ich der saugstöpfel strahl man bin das ist schlecht wir könnten eigentlich tatsächlich töten glaube ich wohl vielleicht hat er holt aber dann könnte man tatsächlich trotzdem töten die chance dass er seinen red buff noch nicht gemacht hat ist relativ hoch er sieht mich zwar jetzt wie ich weglaufe aber weil er eh nicht auf die map schaut ist es egal zur not können wir auch jaximus gehen oh mein gott ich bin ein genie oh mein gott du spielst du auf meinem post erstmal karsitz ich wollte eigentlich ja so waren der war gebannt da wollte ich selbst spielen der war auch gebannt und ja dann spielen wir karsitz isolationssprung so lange zu überleben bis er stirbt das problem ist halt wir haben immer noch die szenen das ist das problem wir haben immer noch lese die auf kritz was not you hey ich bin gerade der der carried hey 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 not you die schien logik holi gibt das jetzt viele szenen ja szenen gibt es jetzt ich habe darius kaum berührt na und es geht also es gibt jetzt richtig viel also das tool back bei mir irgendwie nee das ist also dann musst du den bug service anrufen da gibt es auch eine hotline und turnbugservice com du deklararizer so heißt es tatsächlich es könnte sich jetzt ein bisschen komisch an aber so heißt es ich hebe ab ich hebe ab ich hebe mich am Boden alles blass und gaun zu lange nicht geflogen wie ein Astro wir laufen rum mit der schnauze voll die köpfe sind leer sitzen im dreck bis zum hals haben löcher im herz wir laufen mit der schnauze voll die 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 sch